Läge ach ja ja nie bleibt mal ein bisschen von mir weg ich will ich will kein Nachbar haben er hat zehn Prozent Prozent er hat zwar dann bist du und es ist ich war da wo bist du denn ich sehe ich nicht heil hat Schade ist die Optifel drauf ab das 200 er hat sich an mann 8 Prozent ich schlage nicht tot aber ich habe Gott sei Dank schon und nicht da und zu Hause er hat ja meinte leider auch ja und zwei Hunde er nie geht von meinem Haus die Klippe hier ist mein das ist mein ich werde er setze ich jetzt genau auf die andere Seite des Berges hin und baut da irgendwie so ein kleines Viereckchen aus naja Malte leite er läuft gerade genau dahin wo ich gesagt habe fertig aber es ist ein lustig er merkt nicht zu machen es soll Prozent es ist auch nur die Hörer sind dann das kann er sagen mit uns ja lustig Prozent Prozent das ist nicht heiße von der Malte er hätte schon mit Sprechner Prozent und ja nicht kann mich noch daran erinnern mit der Sache von Hendrik jetzt wie kennen will ich nur sagen Prozent Prozent ja gut so richtig ist etwas verbunden hat und dann und wir sind wütend war es und ich dich dann entlang man kann das nicht gemerkt hast du dich haben wieder mich in die angemacht dass er im Jahr Prozent Prozent ja ja ich weiß er hat genau und das ist er hat genau und das ist auch als er sich die Gruppe will Hendrik was ein Gälder gegen Eisen ja genau auch wenn wir gegen Eid er kommt nicht was ist sich drei vier stext werden wir hier einsteig ein Geld vorkommen ist 9 5 Eisen will mir lang für ein Städten ein Spitze der also auch nicht 3 6 Gräber gegen 5 1 was ich muss gucken wie viel um die Gäste sei ich rauskriege geile Sache. Ja, kann man, glaube ich, machen. Ein Sandstein, aber nur. Wie geht denn Sandstein? Sandstein, vier Sand nebeneinander. Ja. Ja, ihr Bobs habt recht. Vor allem Bob. Warte, ich muss mal gucken, wie viel Gravel ich jetzt habe. Ähm, ein... Eineinhalb Stacks. Ich habe eineinhalb Stacks, Gravel und vierzehn Stein. Ja, okay. Ja, ich gebe die 13, okay? Warte, ich komme kurz zu dir. Ich glaube, ich verbrauche mein ganzes Sand. Mein ganzes Sand. Ich verbrauche mein ganzes Sand. Voll dir geile Deutsch, ey. Och, komm schon. Och, komm schon. Ich habe in einem, ähm, Let's Play Ultimate Team oder so, habe ich gesehen, da hast du gesagt, ich spiele kaum. Ich spiele nicht echt. Ich spiele nicht oft. Genau, Hendrik. Ich spiele in letzter Zeit, äh, richtig viel nicht, ja? Ja, also... Hendrik, Flintstein, hier. Ich lasse an die Sporn, wenn du willst. Okay, warte mal. Was willst du? Ah, hier Eisen willst du dafür, warte mal. Da, danke. Zack, ähm... Fünfverlust, ne? Ja, da. Ich werde alles umzünden. Nee, mach ich nicht. Ja, ja. Hm, ja, Dennis, das haben wir dir jetzt glauben. Du, Armagläufer. Du, Armagläufer. Ja. Alles normal. Ich stehe mir so Dennis vor, er auf einmal so und läuft hier so durch die Gegend mit einem Feuerzeug in der Hand, so geht alles an. Ah, geil. Hier. Ja, nee, hast du mal Bock auf, alter? Hast du mal Bock? Und ruft, dann stirbt, ihr Bäume, stirbt. Ja, stirbt, warum, stirbt. Ähm, da ist jetzt das Skelett in meinem Dingsbums. Genau, ja, meinte, mach mal wieder ein Haus an hier. Da heißt das, äh, Creeper, das ist Creeper explodieren. Ja, genau. Ja, ich weiß, das ringt die auch auf. Ich mach das gleich ja. Da, siehst du, feilig. Ähm. Alter, ich wiss ich schon, da ich zocke. Alter, ich bin in eine Höhle reingeschwimt worden. Ich bin nicht so geil. Ähm. Ähm, Jenny, hast du mal Lust auf irgendwie League of Legends Let's Player oder so? Dein Ernst? Ja, wieso nicht? Ich zocke ja immer noch League of Legends. Ich auch. Echt? Ja, ich war bloß die letzten zwei Wochen, in den Urlaub. Das weiß ich, aber trotzdem hab ich dich lange nicht mehr angesehen. Ich hab dich auch lange nicht mehr angesehen. Wir verpassen uns immer. Wahrscheinlich. Also ich hab die letzten Teile ziemlich viel gezogen. Ja, ich hab mich nicht. Ja, ich konnte mich nicht treffen. Ich hab mich gestern gesehen. Ja, ich hab mich gestern gesehen. Ja, ich bin losgefahren und dann kamen die beiden mir auch schon gegen und dann, ja, konnten wir uns nicht entscheiden, auf welchen Weltpersonen fahren. Ob bei meiner Schule, ob Grundschule, ob bei der Schweizer Grundschule, der ist gut, ja, der ist neu. Ja, der ist gut. Ganz neue Kunstrasen und so. Okay. Doch, das ist oder so. Ne, Kunstrasen. Nein, das ist Kunstrasen, glaube ich. Ja, das ist Kunstrasen, glaube ich. Auf jeden Fall ist es nicht was. Ja. Oh, ich hab so überhaupt keinen Plan, wie ich jetzt. Ich weiß, mein Stand. Ich glaub immer noch, ich soll die Gegend und suche irgendwas Gutes. Oh mein Gott, ich muss mein Tech-Shop-Eck updaten. So. Steht da. Ich hab grad's Holzen gesessen, da steht Update-TP. Ähm. Ja, ich bin, nein, mal kurz die Aufnahme und werde ich hoffentlich gleich beobachten. Äh, oben haben. Ey, geil, hier ist schon. Oder da oben irgendwo eine Baumehunde oder so. Ja, okay. Das ist auch ganz nice. Hm. Ich mach das, ich probier das mal kurz hinzukriegen. Mach das nicht, mein Mac-Patchy. Ich patch erstmal einmal nur und vielleicht klappt das dann schon. Alter, wie cool ist denn hier? Das gerät, das nervt mich. Ja, das kann ich dir nicht sagen, also, das weißt nur du. Ich mein, ich geh ja schon in den Berg rein. Ich hab das noch keine Ding, wo ich siehst. Ich hab den perfekten Baum gefunden. Ja, ich bin schnell mit 12. Den perfekten Baum. Wir sind Baumhaus bauen oder wie? Ja. Hm, ja, nee. Ähm, mein Witz. Ach so, weil beim Cheaten bei diesen Let's Play, oh, ich würde er wird gebannt. Und wieso, 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 wie soll ich cheaten? Das hat doch gar keinen Spaß da mehr. Keine Ahnung. Na, man kann ja auch zum Beispiel set home und dann einfach... Darf man das auch nicht nach Hause? Oh man. Set home darf man nicht machen? Oh man. Set home darf man nicht machen? Was? Also, aber wenn man ins Bett geht, macht er automatisch Home-Set. Ja, das sagst du. Ähm, ich muss jetzt ein anderes Texture-Pack nehmen. Ich hab jetzt keinen Bock, mein Slugs zu updaten. Mir ist das mieser Texture-Pack. Ja, mach einfach. Ja. Mir auch. Bei mir ist alles schön. Alter. Ich hab jetzt meinen Baum gefunden. Nur mieser ist leider ein bisschen anspruchsvoller. Bei mir zumindest, das liegt dann ein bisschen mehr leider. Das kommt mir irgendwie so zu realistisch vor. Ich find das Perks ganz geil, weil das so kartonmäßig ist. Ja, das ist ziemlich geil daran. So. Ja, da bin ich wieder. Das kann weitergehen. Und dann ist er wieder. Weil ich das immer gebacken, gebacken gekriegt hab mit einem anderen Texture-Pack. Und ja, mit einem mieser Texture-Pack klappt das aber. Texture-Pack nicht in der Beschreibung. Zum Zweite ist das klappen, aber... Sieht ja besser. Ja, Texture-Pack nicht in der Beschreibung. Du hast ja schon selber so, wie Affen. Natürlich nicht. Nein. Ähm, darfst... Dennis ist asozial, der macht's trotzdem nicht. Nö, mach ich auch nicht, weil ich zu doof dafür bin. Oh, nein! Um Texture-Pack in die Beschreibung zu setzen. Das ist echt übelst zu fahren. Also, übelst geil, sagen wir so. Was? Da sind hier sind so vier Bäume, die direkt aneinandergebracht. Ja, Jani, hast du ein Bett? Ein Bett? Nö. Oh, mach dir mal ein. Wieso ist es dunkel jetzt? Hast du Wolle? Ja, weil ich bin gerade in der Höhe. Ja, es ist noch so. Nein. Wie soll ich ein Bett in den Bett nicht dabei? Ja, keine Ahnung, wenn sie schaffen wollen. Nein, Spaß, ich komme gleich draußen. Ich komme gleich raus und dann mache ich dich fertig. Echt mal. Junge. Echt, die höhere Tülle jetzt. Fällig erkundet und dann geht es dir raus. Ja. Ich bin so ein Idiot. Ja, das stimmt. Geh jetzt da rein, diese Scheiße. Nee, danke. Ich habe es hier zu Hause gefunden. Ja, ich mache irgendwo mal explizit. Guck, ob das auch gut ist. Alter, jetzt fahre ich schon wieder diese Scheiße rein. Geht auf. Hr, zurück mal mit erst mal ein Bett. Was ich am Mieser-Tekschebeck nicht so gut finde. Ja, das stimmt. Alles sehr viel dünner als im Saks-Tekschebeck und das macht es unübersichtlich. Lol, wie soll es mal... Heter, lol. Was hat der meint jetzt schon wieder? Ich mache hier gerade so, ähm... Ich bin hier gerade so. Und auf einmal kommt er... Ich mache hier gerade so, ich bin hier gerade so. Wie doofs können Hunde sein? Der springt runter. So wie der Besitzer, würde ich mal sagen. Der ist kein Ende. Also du. Ja. Ja, sie ist so gekommen. Na doch, ich habe... Ich in Real-Life habe ich im Mund. Ja, Real-Life. Und der ist schon ziemlich durch die Räufe. Aber du für uns ist das bei uns. Ja, er hat ein und er hat ein Unterbiss. Wir alle, die es wissen wollen und... Das sieht eigentlich ziemlich niedlich aus. Alter, aber es ist das nicht so, dass ich es so nicht alles sehe. Alter, er hat ihn mal beim Fuß... Er hat ihn mal beim Fußballspieler von Nacht abgeschossen. Nein, ich bin vor dem Buch der F-Ginzern und dann amokig. Ja, ging wirklich. Egal, man kann zu verändern. Mobi, Jerry. Der Mobi, Jerry. Jerry, Jerry. Jerry, Jerry. Jerry, Jerry. Jerry, Jerry. Ja, hat er Bock, wenn ich mir noch jetzt nicht mehr zu kommen? Oh, nee. Keine Ahnung, wie wir die lahmen Weltwetter spielen. Oder wir gehen auf Holz oder so. Und wir können ja trotzdem zu mir kommen, egal was sie da. Das können wir auch machen, ja. Nein, Spaß. Habe ich auch keine Lust zu? Ich habe mir gerade die F-Ginzern und die Aufrufe. Und für alle, die es wissen wollen, heute ist der 15.10.2012, nicht 2011. Wie sagst du das da? Ja, was heißt...